Ein Cartoon ist eine Grafik, die eine komische und oder satirische Geschichte in einem Bild, meistens mit einer Pointe, erzählt. Ursprünglich wurden für den Bildwitz keine Worte verwendet. Ernsthaft gezeichnete Kommentare zum politischen Tagesgeschehen mit kritischer Absicht werden als Karikatur bezeichnet. Der Übergang ist jedoch fließend. Bildgeschichten über mehrere Panels nennt man Comic. Cartoons erscheinen vorwiegend in Tageszeitungen und Zeitschriften. Der Begriff Cartoon stammt vom französischen Karten-ist-Gleichpappe und bezeichnete ursprünglich auf Karton gezeichnete Entwürfe für Fresken und Tapisserien. Im Englischen bezeichnet Cartoon auch Zeichentrickfilme. Geschichte Allgemein In US-amerikanischen und britischen Zeitungen hat der Cartoon eine breite Tradition. Renommierte Zeitschriften wie The New Yorker schmücken jede Ausgabe mit einer großen Anzahl von Cartoons und beschäftigen eigene Cartoonisten. Die britische Satire-Zeitschrift Punch druckte die ersten Cartoons im heutigen Sinne. Punch prägte auch den Begriff Cartoon in der englischen Sprache, der zuerst ironisch gemeint war. Dann jedoch zur regulären Bezeichnung für humoristische Zeichnungen wurde Dialoge zwischen den Protagonisten wurden unter die Zeichnung gedruckt. Die Cartoons des Punch beschäftigten sich nicht nur mit Politik, sondern griffen oft auf sehr prägnante Weise heiße Gesellschaftsteam, Situationsgumik und alltägliche Konflikte auf. Darin bestand und besteht der Unterschied des Cartoons zu den politischen Karikaturen und Schmähbildern auf einzelne Personen. Auch ein Cartoon kann potenziell jeden Aspekt des gesellschaftlichen Lebens in eine prägnante, witzige Bilderzählung überführen, als komische Zeichnung besitzt jedoch einen eigenen Unterhaltungswert und hat nicht nur als flüchtiger Kommentar zum Tagesgeschehen oder als politische Kritik Geltung. Damit bildet er eine eigene Kunstform, die ihre Berechtigung neben anderen kleinen Formen wie der Anekdote hat. Der Unterschied zu einem bloßen gezeichneten Witz besteht darin, dass der Cartoon auf die Zeichnung nicht verzichten kann, weil sie zur Komik entscheidend beiträgt. Begleitende Texte und Dialoge der Protagonisten sind in Cartoons meist sehr kurz und pointiert gehalten und werden über oder unter das Bild gedruckt bzw. in Sprechblasen eingefügt. Meistens werden Cartoons von einer Person gezeichnet und getextet, Es gibt jedoch auch fest zusammenarbeitende Teams von Zeichnern und Textherren, zum Beispiel Katz und Gold oder Gräser und Lenz. Die inhaltliche Bandbreite von Cartoons ist sehr weit, sie reicht von einfachen Wortspielen über die komische Behandlung der Tagespolitik bis hin zu Zeichnungen, deren Komik auf ironischen Zitaten der Popkultur aufbaut. Eine spezielle Sparte sind auch die Cartoons zu wissenschaftlichen Themen und Sachverhalten, wie sie von dem amerikanischen Cartoonisten Sidney Harris entworfen werden. Wie im Comic und im Zeichentrickfilm können auch in Cartoons Elemente der Grafik selbst zum Thema der Erzählung und zum Gegenstand der Komik werden. Cartoonisten entwickeln oft einen individuellen grafischen Stil, der ihnen wiedererkennungswert verschafft und auf dem hart umkämpften Markt hilft. Eine Position zu finden, Cartoons im deutschsprachigen Raum. Die ersten deutschsprachigen Zeitschriften, die Cartoons druckten, waren die satirischen Magazine Kladderer Dutch. Nebelspalter und Simplicissimus' prominenteste Zeichner des Kladderer Dutch waren Wilhelm Scholz und Gustav Brandt. Für den Simplicissimus arbeiteten Thomas Theodor Heine und Olaf Gohl-Brandtson. Bis 1933 gab es in Deutschland zahlreiche Druckerzeugnisse, die mit Cartoons um Leser konkurrierten. Während des Nationalsozialismus wurden sie verboten oder änderten ihren politischen Kurs. Thomas Theodor Heine war einer von vielen Grafikkünstlern, die ins Ausland emigrierten. Es gab aber in seltenen Fällen auch weiterhin unbeeinflusste satirische Cartoons. Cartoons druckten in der Nachkriegszeit vor allem Illustrierte wie Stern, Dwen und Quick. Bei Tages- und Wochenzeitungen bevorzugte man die trockene politische Karikatur. Die deutsche Cartoon-Kunst war eher von biederem Humor bestimmt, etwa dem Igelmecki in der Programmzeitschrift HRZU. Ausnahmen bildeten der ausgefeilte Bildhumor von Luriot und die satirischen Illustrationen von Kurt Halpritter. Auch im Marketing wurde der Cartoon genutzt, so wurde die Heftserie der Gasolintipps der Tankstellenkette Gasolin mit dieser Grafikform illustriert. In der deutschen Sprache wurde das Wort Cartoon als Bezeichnung für einen Bildwitz er Ende der 50er Jahre durch den Diogenes Verlag populär gemacht. Punkt. Entscheidend veränderte sich die Erscheinungsweise. Technik und Verbreitung dieser Kunstform in Westdeutschland erst in den 1960er und 1970er Jahren durch die Zeichner der neuen Frankfurter Schule. F. W. Bernstein, Robert Gernhardt, Claude Weichputt und F. K. Wächter prägten mit ihrem anarchischen Humor die Satirezeitschrift Pado und besonders deren Nonsensbeilage Welt im Spiegel. Auch Hans Draxler, der rund zehn Jahre älter war als die jungen Redakteure von Pado, schloss sich der Gruppe an. Weil der Verleger Hans A. Nickel den Kurs des Hefts änderte und Films 1976 eingestellt wurde, gründeten Pado-Mitarbeiter 1979 die K-Sekunden-Satireheft Titanic, das zum neuen Forum für Cartoonisten in Westdeutschland wurde. In der DDR erschienen Cartoons von Zeichnern wie Manfred Bofinger, Henry Büttner und Barbara Henniger vor allem im Eulenspiegel. Die Cartoons waren jedoch meist darum bemüht, nicht zu kritisch mit den Regierenden umzugehen. Manche dieser Cartoons sind aus heutiger Sicht als reine Propaganda anzusehen. Ab 2000 bildete sich später im Kölner Raum mit dem Satire-Magazin ZYN. Auch dort ein Zentrum für zahlreiche neue Comic-Zeichner und Cartoonisten, aus dem unter anderem bekannte Zeichner wie Joscha Sauer, Gernot Gunga, Michael Holtschulte und Christian Bögle hervorgingen. Die Titanic-Generation vor 2000 bahnte auch den Weg für die Cartoonisten der Gegenwart, die teilweise wie etwa Uli Stein auch finanziellen Erfolg und Exporte ins Ausland vorweisen können. Cartoons sind mittlerweile in fast allen großen deutschen Tageszeitungen und Wochenzeitungen zu finden, oft an prominenter Stelle, und wurden so auch wieder zum ausschlaggebenden Faktor bei den Verkaufszahlen. Am deutschen Buchmarkt für Cartoon-Sammelbände haben einheimische Zeichner mittlerweile im Gegensatz zum Comic-Markt erheblichen Anteil, wo früher amerikanische, französische und belgische Zeichner vorherrschten. Seit Eintreten des Internetzeitalters gewannen sogenannte Flash-Cartoons mehr und mehr an Popularität. Heutzutage gibt es bereits unzählige Clips, die im World Wide Web kursieren, nicht selten mit satirischem Inhalt. Liste deutschsprachiger Cartoonisten Liste deutschsprachiger